Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke Zockt Pro Cycling Manager 2021, heute mit den nationalen Straßenmeisterschaften. Zeitfahren habe ich mir mal gespart, weil die letzten Folgen waren schon sehr zeitfahrintensiv und das ist nicht so meine Paradedisziplinen. Wir gucken uns mal an, wer so Zeitfahr-Nationalmeister geworden ist und damit sehen wir dann auch, was unsere Fahrer so gerissen haben oder auch eben nicht. Bevor wir dann jetzt ein paar Straßenrennen fahren und da natürlich dann die Trikots einheimen wollen. In Belgien zum Beispiel ist es Wout geworden, Österreich jemand von Bora, wenig verwunderlich, Slowenien, Pogacar vor Roglic. Ja, wo sind unsere Herren? In der Schweiz Küngen, Peter Sagan in der Slowakei, Sivakov. Ja gut, hier noch für Russland stand Frankreich, Stadt Frankreich unterwegs. De La Cruz in Spanien und in Deutschland. Ja, das war ja auch beim letzten Mal so, sollte auch machbar sein. Hat Max Wahlscheid seinen Titel verteidigt vor Schachmann und Arndt in Frankreich. Franchimentomar knapp hinter Remi Kavagna zweiter. Hier nehmen wir noch so die restlichen Ergebnisse durch, falls euch das irgendwie interessiert, könnt ihr da ja genauer nochmal drauf schauen. Ansonsten gehe ich das jetzt hier nochmal so im Schnelldurchlauf durch. Jo, und damit sehen wir dann auch, es gibt für uns keinen weiteren Titel hier in der Liste. Denn, so, wir sind durch. Dann kommen wir nun zu den Straßenmeisterschaften. Und ja, da fangen wir gleich mal mit dem wichtigsten Land für uns an, Frankreich. Wir haben ein super Team am Start. In fünf Tagen beginnt die Tour de France. Vorm Höhepunkt von Badé wurde jetzt ausgelöst. Bisschen früh, ja, konnte ich leider nicht mehr hinaus zögern. Alle sind jetzt im Form-Höhepunkt oder kurz davor. Also, wir starten dann direkt in Kürze rein in die Tour de France. Favorisiert werden hier andere. Verstehe ich jetzt nicht, warum da Brian Koka überhaupt nicht auf dem Plan steht. Aber scheiß drauf, was das Spiel sagt. Wir haben hier auf jeden Fall einige Optionen. Deshalb gehen wir auch direkt mal mit Anthony Peres hier in die Ausreißergruppe. Ja, das Profil ist leicht wellig. Bisschen Rundkurs, sieht man hier schon an der Charakteristik. Peres ist bestimmt zu namenhaft und gut, nehme ich mal an. Aber wir können das Rennen ja ruhig schwer machen. Wir haben einige gute Fahrer. Und im Sprint letztendlich dann auch mit Koka eine gute Option. Sonst würden wir vielleicht später, ja, Peres wird eingeholt, nochmal mit einem der anderen Herren angreifen. Denn ich glaube, das ist jetzt inzwischen Versuch Nummer 4 oder 5 mit Peres in die Ausreißergruppe zu kommen. Ja, hier entsteht immer noch keine so richtige Gruppe. Ja, das wird jetzt hier auch leider nicht klappen. Ich denke, die haben einfach zu viel Angst. Guckt euch mal die Werte an. Das können wir so nicht machen. Aber ja, vielleicht werde ich dann einfach, wenn jetzt echt keine Gruppe entsteht, ja, da gehen bestimmt noch irgendwelche namenlosen Fahrer raus, nochmal attackieren. Ich würde mich jetzt nicht einfach so auf den Sprint verlassen wollen. Kofidis macht jetzt hier das Rennen in der französischen Heimat schwer. Ja, wir übernehmen mal die Führungsarbeit und haben jetzt schon die Lücke zu den vier Ausreißern hier vorne deutlich zugefahren. 100 Mann umfasst das Hauptfeld. Das steht noch bevor. Ja, wir werden erst mal so weiterfahren, bis wir die Ausreißer einholen und dann so richtig das Tempo anziehen. Knapp 80 Kilometer vorm Ziel möchten hier welche angreifen. N.P.T. und wen haben wir hier noch? Deletre. Vorne wird die Gruppe um Combo gleich wahrscheinlich eingeholt. 45 Sekunden haben wir noch. Thomas schafft das alleine wohl nicht mehr ganz. Dann übernehme ich mal mit Grégoire, glaube ich. Der sollte eigentlich in der Nahrungskette als nächster kommen. Jetzt wird hier nochmal ordentlich das Tempo forciert. Profides macht weiterhin ordentlich Tempo und 55 Kilometer vorm Ziel holen wir jetzt die Ausreißer ein. So, da ist es um die geschehen. Und ja, jetzt an der nächsten Steigung würde ich ganz gerne einfach mal mit Pierre Latour attackieren. Und das machen wir dann jetzt auch. So, nach der Linkskurve geht es jetzt rein. Latour attackiert, Bocodou geht hinterher. Mit dem Rest bleiben wir einfach mal im Hauptfeld. Und schauen uns das Ganze mal an. Oh, Alaphilippe und Carvagna sind da auch nachgegangen. 90 ist schon ein bisschen too much. Gehen wir mal runter auf eine 75. Von mir aus können wir hier auch erstmal ein Duo bilden. Die anderen ein bisschen arbeiten lassen. Ich denke, letztendlich ist der Kurs zu einfach, dass es trotzdem ein Sprint wird. So bergig ist es nicht. Also Badet haben wir natürlich auch noch, aber ich weiß nicht, ob der jetzt hier für das Profil so gut gemacht ist. So, die Lücke wird fast wieder geschlossen. Wir fahren aber nochmal weiter. Sollen die anderen sich ruhig hier ein bisschen aufbrauchen. So, bevor die Lücke zu ist, ziehen wir nochmal an. Da muss dann sogar Alaphilippe hinterherfahren. Wir attackieren erneut mit Pierre Latour. Nehmen wir den Energieriegel. Gehen wir auf eine 85. Für unsere anderen. Gerade Roman Badet sieht noch sehr entspannt aus im Hauptfeld. Noch rund 40 Kilometer. Das Hauptfeld wird immer kleiner. Das ist schon mal schön. So, sehen wir hier auch, wie da zurückgefallen wird. Gut, unsere Helfer auch, aber das ist jetzt nicht so wild. Ja, jetzt das Tempo so ein bisschen raus. Das gefällt mir natürlich nicht. Wir wollen weiterhin das geben. Das jetzt auch nicht nochmal irgendwie von hinten. Ja, jetzt scheiße, wird das Hauptfeld schon wieder größer. Das wollen wir eigentlich nicht. Die hängen ja alle gerade so in den Seilen. Also, auf geht's. So, wir gehen nochmal in die nächste kurze Steigung rein. Da werde ich jetzt das Tempo nochmal ein bisschen forcieren. Mit Damien Touss, äh Toussé, sorry. Ja, Helde ist langgezogen. Wir haben es jetzt leider nicht geschafft, eine Lücke zu reißen. Ja doch, hier ist es jetzt abgerissen nach 21 Fahrern. Oh, Cavagna und Alaphilippe sind sogar hinten dran. Da müssen wir jetzt auf dem Gaspedal bleiben. Auch wenn es natürlich noch weit ist. Das Hauptfeld besteht aus knapp 30 Mann. Alle sind, glaube ich, schon ziemlich angeschlagen. Jetzt an der nächsten Steigung. So, jetzt hier die Linkskurve. Da will ich mit Bardet jetzt attackieren. Toussé nimmt erstmal raus. Und wir gehen jetzt mit Bardet voll auf die Attacke. Da ist er. Romain, ja, zieht schön weg. Cosnefroir kommt da als einziger erstmal hinterher. Der Rest im Hauptfeld, ja, reagiert natürlich. Wir versuchen da dran zu bleiben. Sodass wir natürlich mit Kokar noch spründen können. Cosnefroir hat, glaube ich, Probleme, Bardet zu folgen. Hat da schon eine kleine Lücke. Kommt da aber, glaube ich, ans Hinterrad dran. Dann, Quickstep, versucht mit Cavagna natürlich nochmal alles da wieder ranzufahren. So, ich will jetzt eigentlich nicht vorne den Cosnefroir nur so durchziehen. Ich greife nochmal an. Nochmal eine kurze Rampe hier. Wir versuchen es nochmal irgendwie alleine mit Bardet. Na, letztendlich läuft das jetzt alles wieder zusammen. Dann werden wir vielleicht doch einen Sprint anfahren aus einer reduzierten Gruppe. Ja, damit kann ich leben. Bardet macht jetzt vielleicht mal die Führungsarbeit hier. Kann sich Tusee nochmal ein bisschen wieder aufladen. Laptur kann ich da nochmal dranhängen. Und dann können wir das gleich gut für Kokar anfahren. So, die letzten drei Kilometer. Hier sehen wir die Karte. Wir haben gleich nochmal eine Linkskurve. Wir warten relativ lange. Sind natürlich auch nicht mehr so gut bei Kräften. Denn jetzt gehen wir hier mal Gaspar D. Fährt den Sprint an für Brian Kokar. Wir ziehen an. Kokar sollte das Ding doch wohl abschießen. Die letzten 700 Meter. Kokar kann er den Sprint durchziehen. Christoph Laporte kommt da nochmal näher ran. Aber am Ende, jawohl, reicht es für den Titel für Brian Kokar hier in Frankreich. Nice, sehr schön. Ja, von Anfang bis Ende das Rennen sehr hart gemacht. Und am Ende verwandelt. Sehr schön. Jawohl, da ist der Titel. Und schön passend zu Tour de France übernimmt unser französischer Top-Sprinter Brian Kokar hier das Landesmeister-Trikot. Mal gucken, was wir in Spanien ausrichten können. Fernandes und Erada sind jetzt nicht so optimal in Form, aber Erada vielleicht mit Außenseiter-Chancen. Mit nur zwei Fahrern im Team sind natürlich die taktischen Möglichkeiten begrenzt. Deswegen habe ich mich jetzt bis zu der Schlusssteigung hier, die wir mehrfach überquert haben, aus allem rausgehalten. Und mit Fernandes und Erada beschützt. Ausreißer waren vorne, die wurden wieder eingeholt. Von daher ist das Rennen sehr offen. Ja, wir sind hier nicht gut platziert, muss ich gestehen. Aber der Anstieg ist noch ein bisschen länger. Ja, Fernandes ist nicht zu gebrauchen, glaube ich, hier gerade. Während wir unter einem Baum nach dem anderen durchfahren. Hier gibt es jetzt ein paar Attacken. Aber noch nicht so von den Top-Favoriten. Erada ist noch dabei. Er kann leider nicht besonders gut abfahren. Serrano versucht es hier, Romo ebenfalls. Sonst könnte man über die Spitze dann in die Abfahrt mal rein attackieren. Weil letztendlich versuche ich es trotzdem mal mit einer Attacke. Freile geht nach. Romo, Serrano und Co. Vielleicht können wir da irgendwie eine kleine Gruppe bilden. Wie weit ist es noch? Ja, wir haben noch ein paar Meterchen bis zum Gipfel. Adria, Ayuso. So, wir versuchen jetzt einfach mal mit einer 99 hier rüber zu gehen. Jawohl, wir haben einen kleinen Vorsprung. Vielleicht ist die Manpower auch nicht mehr so vorhanden, da jetzt nachzusetzen. Fernandes. Ah, ich glaube, der ist eh weg vom Fenster. Das können wir eigentlich ignorieren. So, jetzt haben wir erstmal überwiegend bis vielleicht auf die letzten 3-4 Kilometer nur Abfahrt. Adria hinter uns ist ein leicht besserer Abfahrer. Vielleicht schließt er die Lücke dann 20 Sekunden danach. Ja, ist so leer. Ah, wenn die wieder rankommen, bin ich natürlich am Arsch mit Erada. Ja, tatsächlich werden wir jetzt 5 Kilometer vorm Ziel wieder eingeholt. Und das wird also ein Sprint. Und da hat Erada leider nicht mehr viel zuzusetzen. Versuchen wir mal jetzt hier irgendwie zu folgen. Na, wobei, da setzen sich nochmal einige vorher ab. Oh, kann das hier... Ja, Erada ist glaube ich weg. Kann das hier ein Außenseiter machen? Das hier in Cortina und Ayuso sind natürlich somit die größten Namen. Soto, Diaz im Sprint, Freile. Jo, Oma Freile von Ineos gewinnt hier die nationale Meisterschaft. Und ja, Erada hat es versucht, aber leider gescheitert. Der italienische Kurs war leider zu hügelig, als dass wir da mit Consoni oder Timolai etwas machen konnten. Stattdessen gucken wir mal, ob wir in Belgien mit Tim Wellens vielleicht hier Wout van Aert oder Remco Evenepoel ärgern können. Mit Tim Wellens werden wir es auch, ähnlich wie mit Erada eben, offensiv versuchen. Denn im Sprint, ja, machen wir uns nichts vor. Da kommen wir eh nicht an diesem Herren hier vorbei. Der Flipsen ist ja auch noch da, wobei ich nicht glaube, dass der diese Steigung hier noch gut übersteht. Wir haben gleich noch ein paar, ja, mittelsteine Rampen, sag ich mal. So ein paar Hügelchen, die noch ausstehen. Das Peloton besteht nur noch aus 44 Mann. Wurde schon ganz gut auseinandergenommen. Und es gibt Tempoverschärfungen. Ich fahre jetzt erstmal noch, solange es geht, mit Pete Allegard hier hinterher. Ja, während hier vorne Nasen und Fliegen fliegen gehen, Remco versucht da hinterher zu fahren. Ja, mach doch ruhig mal die Arbeit von mir aus. Ja gut, jetzt hat er doch noch einen Helfer. Aber alles, was die an Kraft hier vor dem richtigen Finale investieren soll, jetzt geht aber die Party hier ab. Tim Valens wird nochmal die letzten Meter mitgeschleift und muss jetzt alleine fahren. Ja, nice, kann eh nichts mehr. So, Valens. Was haben wir noch an Steigung? Hier. Ja, das, da am Ende ist nochmal so eine Welle. Jetzt wird hier so ein bisschen rumtaktiert werden. Remco wegfährt. Scheiße, so wie in echt, ne? Das habe ich jetzt leider auch verpasst. Jetzt muss ich drauf spekulieren, dass irgendwie noch nachgefahren wird. Wenn ich alleine die Lücke schließe, nutzt der Valens sowieso. Hängen uns hier mal an Wout van Aert und Tiespilnot dran. Und tatsächlich, Müris hat die Lücke geschlossen. Jo, die können jetzt alle nicht mehr. Van Aert sieht platt aus. Jo, Valens attackiert mit Van Sevenand am Hinterrad. Jetzt hier diese kleine Kuppe. Da ist jemand überrundet. Nicht beirren lassen. Jo, und jetzt in die Abfahrt rein mit 999. Richtung Ziel. Alter, warum ist Van Sevenand so schnell? Leck mich doch am Arsch. Ich glaube, es wird, jo, Valens oder Van Sevenand. Boah, wir sind mit dem Valens nah dran. Wie konnte Van Sevenand da die Lücke noch schließen? Ich fasse es nicht. Jo, es läuft hier jetzt auf den Sprint zwischen Van Sevenand und Valens hinaus. Und Tim Valens. Jawoll. Tim Valens holt sich das Ding. Belgischer Meister. Nice. Wie geil ist das denn? Gegen Remco und gegen Wout. Ha. Keine Art wird nur Dritter. Aber immer noch. Das muss mal geupdatet werden. Es wäre schön, wenn man hier mit dem nationalen Trikot auf dem Podium wäre. Aber naja, wir sehen es ja bald bei der Tour de France. In den Niederlanden gewinnt David Decker im Sprint. Und in Deutschland, ja, werden wir es schwer haben. Angeblich hügelig. Okay. Na ja, die Steigungen sehen jetzt eher nach so Mikro-Steigung aus. Aber deswegen wird es wahrscheinlich schwer für uns. Wir sind aber alle im Form-Höhepunkt. Verstehe ich gar nicht, dass da jetzt Valscheid überhaupt nicht dabei ist. Aber mal gucken. Rund 50 Kilometer vorm Ziel haben wir vorne eine siebenköpfige Ausreißergruppe, die noch so rund eine Minute Vorsprung hat. Ich lasse Bora erstmal hier ordentlich schuften. Und wir sparen unsere Kräfte für das Finale dieser deutschen Meisterschaft. Aber jetzt müssen wir aktiv werden. Es gibt Attacken von Nils Polet unter anderem. 26 Kilometer haben wir noch. Okay, hier fahren jetzt alle wie wild hinterher. Bora auch sogar. Okay, nur um die Leute da zu decken. Ja, hier haben wir so einen besonderen Twist in der Strecke. Kommt Zimmermann, fahr doch mal vor. So, Polet hat schon wieder aufgegeben. Hier vorne sehen wir ein paar. Bauhaus, Koch und so weiter. Junge, Zimmermann, fahr doch. Fahr doch nach vorne bitte. So, wir sind jetzt einigermaßen in Front hier im Peloton. Endlich mal mit Zimmermann und... Okay, Alter, das ist ganz merkwürdig. Aber mit dem Rundkurs, hier geht es immer hoch, runter, links, rechts. Hast du nicht gesehen. So, aber jetzt sind wir an der Spitze vom Peloton. 40 Mann. Vorne noch Schwarzmann und Winter. Zwei Ausreißer. Und die werden jetzt wieder eingeholt. Oh, krass. Ich bin einfach die ganze Zeit eine 90 gefahren. Dadurch haben wir jetzt eine Lücke rausgefahren. Vorne geht Nico Denz. Ja, die kommen hier wahrscheinlich nochmal wieder ran. Aber ich würde jetzt einfach von hier, glaube ich, bis zum Ende ordentlich am Horn ziehen. Wie man so schön sagt. Wo sind denn Schachmann und Polet? Die sehe ich hier gerade nirgendwo. Degenkolb könnten natürlich auch gefährlich sein. Denz und Koch sind auch bei den Favoriten mit dabei. Sind auf den letzten vier Kilometern. Ja, man kommt hier einfach nicht weg. Also, ich ziehe das jetzt weiterhin so durch. Wir machen mit 95 das Tempo. So gut wie wir können. Nils Polet. Ach, jetzt kommt er auf einmal aus dem Nichts. Zieht für mein Empfinden hier aber viel zu früh an. Die. Das Finale ist ein bisschen leicht ansteigend. Letzte Kurve jetzt mit Waldscheid. Ach so, hier dieser komische Twist. Sprinte doch los bitte. Ich hätte früher sprinten müssen. Nein. Phil Bauhaus gewinnt. Weil wir zu spät sprinten. Pick doch die Henne, ey. Ich dachte, ähm. Ja gut, die Steigung. Das hat das auch alles nicht in sich. Gut. Hätten wir gewinnen können. Ich muss aber sagen. Ich hasse so kurze Rundkurse. Du kannst einfach nicht ordentlich fahren. Die ganze Zeit wird wieder rausgenommen. Und wieder angefahren. Und links und rechts und hoch und runter. Also nicht grundsätzlich wegen Rundkursen. Aber das ist halt so ein kurzer. Und dann ist da noch so ein Bug drin. Dass die sich da einmal um die Achse drehen. Ja shit. Da war auf jeden Fall mehr drin. Aber Glückwunsch an Phil Bauhaus. Das war es somit mit den nationalen Meisterschaften von unseren Fahrern. Ich gehe hier nochmal eben im Schnelldurchlauf, sowie auch bei den Zeitfahr-Nationalmeisterschaften, die Ergebnisse durch. Ja, wir haben immerhin zwei Trikots eingetötet. Da sehen wir es nochmal. In Kolumbien hat Egan Benal gewonnen. Guillaume Beauvoir in Kanada. Irland Rory Townsend. Und so weiter. Ja, Frankreich. Das war echt geil. Deutschland, da sitzt der Schmerz aber noch ein bisschen tiefer. Mats Pedersen in Dänemark. Joa, wenig überraschend. Ecuador, Carapaz. Carapaz hat glaube ich beide Titel geholt, wenn ich mich recht entsinne. Diermai. Niederlande hatten wir eben schon gesehen. Pilschi in der Schweiz. Joa, Slowenien andersrum als im Zeitfahren. Da gewinnt Roglic nun vor Pogacar. Kwiatkowski in Polen, auch nicht verwunderlich. Sargan, auch keine Überraschung. Almeida in Portugal. Joa, habe ich jetzt keine wirkliche Überraschung gesehen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Was aber auch nicht unbedingt schlimm ist. Und ja, da sind wir damit durch. Und kommen am Ende nochmal zu den Dossiers. Ich will mir nochmal anschauen, was bei uns hier ausläuft. Rogacar, muss ich ja sagen. Nachdem er jetzt Nationalmeister geworden ist, müssen wir eigentlich mit dem verlängern. Brauche ich aber nicht aufs Dossier setzen. Drei Punkte. Ich sag mal, wir holen zwar noch weitere Sprinter dazu, würde ich mal sagen. Aber so ein, zwei Jahre kann man mit dem nochmal verlängern. Der ist ja auch zwei Jahre jünger als Chimolai. Das ist schon mal ein Unterschied. Ich meine 31, vielleicht so bis 32, 33 geht noch. Aber Chimolai nochmal einen neuen Vertrag zu geben, ist schwierig. Wir könnten theoretisch ja Anno Demar jetzt reinnehmen. Aber macht keinen Unterschied zu Gokal in meinen Augen. Zumindest die Endgame nicht. Christoph Laporte. Ja, ich will mir mal die Option noch offen halten, muss ich gestehen. Neun Punkte kostet der. Habe ich ja kürzlich schon mal erwähnt. Ich werde nie im Leben. Haudu, Cosnefrois, Laporte. Was so würde ich sagen, die drei Top-Leute sind jetzt hier auf unserer Liste. Nicht alle holen können. Theoretisch könnte man sagen, wir könnten noch einen besseren Sprinter gebrauchen. Wenn wir mit Chimolai nicht verlängern und Koi als Ersatz holen, haben wir halt Koi und Kokar. Klar, aber wie gesagt, Demar ist jetzt nicht so die Verbesserung. Laporte ist kein klassischer Sprinter, aber der könnte uns in allen möglichen Bereichen weiterhelfen. Und ja, was ist ansonsten an Top-Sprintern verfügbar? Ne, zu teuer, zu wenig Interesse. Schauen wir mal so durch. Ich fand Poppel, ja, ginge. Passt jetzt nicht so von der Region. Ist jetzt nicht so viel in meinen Augen, deswegen nehme ich mal Laporte mit rein. Und einen Monat haben wir noch mit den Dossiers. Dann werde ich jetzt auch Consoni, mit dem will ich auf jeden Fall verlängern. Einmal adden und das bestätigen wir dann einmal. So sieht es dann aktuell aus. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Auswahl. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, Koi wird sich safe noch weiterentwickeln. Denn das kann sein, dass der schon, ja, bis wir den einkaufen, besser ist. Und bis zur nächsten Season mit Sicherheit. Da gehe ich von aus. So Leute, wir sind schon am 1. Juli angekommen. Und kleiner Teaser hier. Seht ihr das Profil? Tour de France 2023, Tag 3 ist ein Mannschaftszeitplan. Um Gottes willen. Was werden wir dann in der nächsten Folge angehen? Welche Fahrer mitfahren, verrate ich euch noch nicht. Da müsst ihr dann beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn es heißt, Mr. Doopzock Pro Cycling Manager 2021. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.